Am Montag bleibt der Himmel bis zum Nachmittag wolkenfrei bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad. Erst gegen Abend können sich vereinzelte Wolken bilden. In der Nacht ist es aber wieder klar bei Tiefstwerten von 4 Grad. Dienstag scheint den ganzen Tag lang die Sonne bei Temperaturen von 3 bis 15 Grad. Am Mittwoch wird sie von ein paar Wolken verdeckt, dabei gibt es Werte von bis zu 14 Grad. Donnerstag soll es dann von morgens bis abends regnen, die Temperaturen sinken auf 6 bis 10 Grad.